Grüße euch, mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Kartenlegerin und Medium. Ich biete auch Beratungen an, entweder schriftlich oder über Skype oder telefonisch. Aber wenn das erlaubt ist, ich veröffentliche auch Videos, Beratungsvideos, natürlich anonym mit Nickname. Und diese Aufnahme ist auch ein Beratungsvideo und es geht um eine karmische Horoskop-Analyse. Die Nickname ist Laura, das ist natürlich nicht der richtige Name. Und ich lese vor die E-Mail, was mir Laura geschrieben hat, damit ihr mal einen Einblick habt für ihre Situation oder ihre Fragen. Ich habe das ein bisschen verkürzt, damit niemand sie erkennen kann. Und ich lese vor ein Teil von dieser E-Mail. In der Liebe habe ich bisher kein Glück, würde mich aber gerne von der Glücklosigkeit befreien. Ich bin zurückhaltend, was Partnerschaft und Liebe betrifft. Ich habe mich aber auf mein Gegenüber eingelassen, wenn ich geliebt habe. Der Mann hatte auch so getan, als ob er mich geliebt hätte. Dann kam aber plötzlich die Ablehnung von Seite des Mannes. Ich habe nach dem Warum gefragt, aber keine Antwort erhalten. Beruflich, da habe ich ein bisschen verkürzt, muss nicht jeder wissen, wo sie arbeitet. Nur so viel, dass das vom Vater bestimmt war, ihr Beruf. Aber ihr Wunsch ist, und so schreibt sie, mein Wunschberuf ist Tänzerin. Das habe ich als Hobby. Später kam Astrologie dazu, auch als Hobby. Und schauen wir mal die Geburtshoroskop von Laura. Und ja, ich möchte dich mal persönlich begrüßen. Liebe Laura, das ist dein Video, das ist dein Horoskop. Und ich möchte mich auch bedanken für diese Anvertrauen. Und jetzt fange ich an, dein Geburtshoroskop zu analysieren. Und versuchen, deine Frage zu beantworten. Du hast mich auch gefragt, das soll eine karmische Horoskop-Analyse sein. Aber doch, Thema Liebe ist auch wichtig. Und deine Berufung ist natürlich auch wichtig. Und ich fange an, das machen wir Schritt für Schritt. Und dann versuche ich das zusammenzufügen, dass das eine Einheit ist. Du bist im Tierkreiszeichnen Fischen geboren. Das ist mal eine gute Voraussetzung für einen künstlerischen Beruf. Die Tierkreiszeichnen Fische ist von Neptun beherrscht. Und das ist die Intuition, aber auch die Inspiration. Und auch das Gefühl dazu, das ist immerhin Wasserelement. Dass du diese Bewegung hast, kommt auch nicht umsonst. Weil dein Maß, wo nicht nur die männliche Person zeigt an, im Frauenhoroskopen, sondern auch die Bewegung, wie du dich bewegst im Leben, passt ganz gut zu deinem Leichtigkeit, diese Bewegung, auch diese künstlerische Art, die Tanz. Also das passt zu deiner Persönlichkeit. Dann hast du den Mond im Stier. Über die Tierkreiszeichnen Stier herrscht der Planet Venus. Und das ist die Weiblichkeit. Aber auch Kunst, Kreativität. Also du bist sehr stark ausgeprägt, was die Kunst betrifft. Und da liegt auch deine Berufung. Du bist aber in einem ganz anderen beruflichen Umfeld. Das muss ich dazu sagen. Also das hat eher mit Büroarbeit was zu tun. Dein Aszendent ist Wassermann. Darüber gleich etwas näher. Und das habe ich mal erklärt. Also Sonne, was dein Wesen bestimmt. Das ist Tierkreiszeichnen Fischen. Die Mond, was die Gefühle betrifft. Das Innenleben, das Unbewusste, das ist im Stier. Und Aszendent ist Wassermann. Vielleicht fangen wir mal mit diesem Aszendent an. Wo du geboren bist und wann du geboren bist. In diesem Augenblick. Im Osthorizont ist die Tierkreiszeichnen Wassermann aufgestiegen. Das heißt, dein erster Atemzug war im Einklang mit die Tierkreiszeichnen Wassermann. Das heißt, wo dein Leben begonnen hat. Und es war nicht der erste Schritt, was du getan hast. Sondern dein erster Atemzug hat dich die Tierkreiszeichnen Wassermann begrüßt. Und hat wie ein Kostüm dich verkleidet. Das bedeutet, das ist deine Ausstrahlung. So nehmen sie dich die Menschen wahr. Und die Tierkreiszeichnen Wassermann. Dann gehe ich mal ein Stück zurück zu Tierkreiszeichnen Steinbock. Weil da ist eine gewisse Verbindung da. Dann kann man vielleicht das besser verstehen. Die Steinbockgeborenen haben die Kraft, ihre Ziele zu erreichen. Und das sind hohe Ziele. Und sie haben auch die Geduld und die Erarbeitendes. Und die kommen im Spitze des Berges. Und jetzt zu Tierkreiszeichnen Wassermann. Die Wassermanngeborenen haben von Geburt aus schon das Gefühl, die sind schon im Spitze des Berges angekommen. Die sind oben. Oft sage ich dazu, in diesem Bereich, wo die Tierkreiszeichnen Wassermann befindet, befindet sich auch das Sternbild Adler. Manchmal habe ich das Gefühl, weil das ist eine gewisse Verbindung da, dass die Wassermanngeborenen vielleicht werde die Bezeichnung als Adler auch sehr gut passend sein. Und die Adler fliegt oben sehr majestätisch. Und das ist einmal kurze Beschreibung für die Wassermanngeborenen. Du bist zwar nicht im Tierkreiszeichnen Wassermanngeborenen, aber du hast diese Ausstrahlung gehört zu deiner Persönlichkeit. Weil diese Tierkreiszeichnen hat dich begrüßt in dem Moment, wo du geboren bist und hat dich damit verkleidet. Also passt ganz gut zu deiner Persönlichkeit, weil das ist dein Auftreten. Das ist deine Ausstrahlung. So nehmen sie dich, die Menschen, wahr. Und das ist etwas Besonderes. Und weil die Wassermanngeborenen diesen Weitblick haben, die sehen auch etwas in Zeit voraus. Das ist auch das Geist, dieser erfinderische Geist. Und die fühlen sich diese Leichtigkeit, dieses auch Luft-Element, diese Leichtigkeit oben zu sein, oben zu schweben. Und das entspricht an ihren Wesen. Und es kann sein, dass manche Menschen vielleicht sagen, das sind vielleicht von oben herab. Das ist es nicht. Sondern die sind mit dieser Energie im Einklang. Und dieser Symbol Adler passt ganz gut zu dem Wassermanngeborenen. Sie fühlen sich auch etwas Besonderes. Und das Interessante ist daran, die sind auch Besonderes. Und sie haben auch einen besonderen Lebensweg. Was die Wassermanngeborenen nicht mögen, eine von denen die Masse zu sein. Sondern sie fühlen sich einzigartig. Und dieses Gefühl brauchst du einzigartig zu sein. Etwas Besonderes zu sein. Und das ist nicht verspielt, sondern die Menschen nehmen sie dich so wahr. Das Problem ist, dass du selbst, dich selbst, gar nicht so betrachtest. Also versuch mal diese Kleid, diesen Glanz an dir auch spüren. Und dann gib dir diese Leichtigkeit. Also fühle dich etwas Besonderes. Fühle dich außergewöhnlich. Und das zeigt dir diese Aszendent. Dazu noch, das über die Tierkeit zeichnen, Wassermann herrscht der Planet Uranus. Der Anfang in die Schöpfungsgeschichte der Himmelswarte. Und das hat einen Bezug zu Sternen. Hat einen besonderen Bezug zu Astrologie. Also das ist auch kein Zufall, dass du dich begeisterst von Astrologie und Interesse zeigst an Astrologie. Das passt auch sehr gut zu dir. Dann die nächste Schritt. Du bist im Tierkreis zeichnen Fischen geboren. Und das ist nicht nur die Sonne im Tierkreis zeichnen Fischen, sondern auch Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten. Das hatte auch mit Liebe etwas zu tun. Aber wie ich schon sagte, das ist auch das Kunst. Mars, auch die Bewegung und Venus, auch die Kunst. Beides. Auch die Liebe, auch die Kunst. Du eigentlich von beiden begeistert bist. Kunst ist deine Begeisterung. Die Tanz, du wolltest Tänzerin sein. Und die Wunsch ist auch danach Liebe und Partnerschaft. Beides. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit auch. Und auch die Sonne, auch Mars und auch Venus ist im Tierkreis zeichnen Fischen. Und das im ersten Haus. Und das sind Lebensbereiche dieser. Dieser erste Haus hat eine Analogie zu Tierkreis zeichnen Wider. Und der Wider ist das Neuanfang. Das Neubeginn. Aber auch dieses Bewusstsein. Damit fängt an auch die astrologischen Jahre. Weil hier befindet sich die Frühlingspunkt. Also das ist das Beginn. Auch das Beginn des Lebens. Dieses Bewusstsein zu haben, wo wir geboren sind. Mit dieser Kraft, mit dieser Energie beginnt etwas. Auch wenn man nicht im Tierkreis zeichnet. Wieder geboren ist. Sondern die Wider ist das Symbol dafür. Und das heißt bewusst zu sein. Ich bin. Und dazu noch, dass dieses erste Haus prägt dich auch. Diese Bewusstsein. Es hat gar nicht damit zu tun, dass du jetzt im Wiedergeburt bist. Du bist nicht in Wider geboren. Sondern ich möchte damit erklären, dass dein Sohn im ersten Haus steht, wo ein Verbindung ist zu Tierkreis zeichnen Wider. Das ist dieser Hintergrund, wo sich das alles sich befindet. Diese Hintergrundlandschaft. Und damit auch bewusst sein, was im Hintergrund, was für Kräfte da ist. Und das ist das Lebensbereich, damit bewusst zu sein. Ich bin. Ich kann. Ich habe die Kraft. Ich habe die Mut. Ich kann etwas Neues beginnen. Das Problem ist, dass diese Tierkreis zeichnen Fischen in diesem ersten Haus eingeschlossen ist. Und wartet darauf, befreit zu sein. Und du sagtest auch mit eigenen Worten, in der Liebe habe ich bisher kein Glück, würde mich aber gerne von der Glücklosigkeit befreien. Also das sind auch deine Worten. Und diese eingeschlossene Tierkreis zeichnen Fischen, wo nicht nur deine Sonne befindet, sondern auch dein Venus und auch Mars. Und das hat auch mit Liebe zu tun. Ist, wartet darauf, befreit zu sein. Weil fühlt sich hier eingesperrt. Fühlt sich hier gefangen. Und befreit kannst du nur dann, wenn dir bewusst ist, dass hier auch ein Einfluss von Tierkreis zeichnen wieder ist. Mit dir selbst bewusst sein. Ich bin's. Und dann kommen wir zu dem nächsten Schritt. Dein Mondknoten. Die karmischen Knoten. Deine Lernaufgabe liegt hier im Tierkreis zeichnen wieder. Und das hat eine Verbindung. Die Lernaufgabe, diese aufsteigende Mondknoten in Tierkreis zeichnen wieder. Und diese verschlossenen Tierkreis zeichnen Fisch im ersten Haus, wo auch eine Verbindung hat, zu Tierkreis zeichnen wieder. Und die Wider hilft dir, deine karmischen Aufgabe zu lösen und hilft dir, befreit zu sein. Noch mal kurz zu diesem eingeschlossenen Zeichnen. Das ist wie gesperrt. Bleibt aber nicht so, sondern hier hat man eine Aufgabe, das zu befreien. Und jetzt gehe ich drauf ein. Wie kannst du das befreien? Und dann kommen wir näher zur Thematik Liebe Partnerschaft. Erstmal vielleicht, was diese karmischen Knoten sind. Mal kurz zum Erklären. Und dann gehen wir auf deine Karma näher ein. Diese Knoten, diese karmischen Knoten, davon gibt zwei. Einmal die absteigende Mondknoten, einmal die aufsteigende Mondknoten. Die beiden liegen gegenüber. Du beschäftigst dich mit Astrologie, das ist dein Hobby. Du weißt sicherlich, aber doch kurz möchte ich das auch mal beschreiben. Es sind zwei Schnittpunkte im Himmel. Das ist die Mondumlaufbahn und die Ekliptik, was nichts anderes ist, als die zwölf Tierkreis zeichnen. Die bilden sich ein Gürtel, ein Band, was wir als Ekliptik nennen. Von diesem Ekliptik bewegen sie sich die Planeten. Und das ist wie eine Autobahn. Und die Mond hat aber auch eine eigene Laufbahn, weil die Mond kreist um die Erde. Also das ist zwei verschiedene Bewegungen, wie zwei Autobahnen. Und sie kreuzen sie sich in zwei Punkte. Einmal, wo die Mondumlaufbahn von Süden nach Norden die Ekliptik überquert. Und das ist die aufsteigende Mondknoten. Und gegenüber, wenn die Mondumlaufbahn von Norden nach Süden die Ekliptik überquert. Und das liegt immer gegenüber. Und das ist das absteigende Mondknoten. Das hat mit Wiedergeburt, mit Karma etwas zu tun. Und da beschäftigen sich eher die indischen Astrologen, weil das passt ganz gut zu ihren Glauben an die Wiedergeburt. Und die nennen diese beiden Knoten Drachenschwanz. Das ist das absteigende Mondknoten. Und Drachenkopf, das ist das aufsteigende Mondknoten. Und bei diesen absteigenden Mondknoten oder Drachenschwanz handelt sich das gesamte karmischen Erfahrungen. All das, was du in deinem Leben oder früheren Leben, all das zusammen erlebt hast. Das ist das Essenz. Essenz, wo du dich vertraut bist. Wo dein Talente und deine Fähigkeiten auch verankert sind. Aber du möchtest weiterentwickeln und kommst ein bisschen von dieser Vergangenheit raus. Natürlich, die Talente und Fähigkeiten sollst bewahren. Aber du möchtest dich weiterentwickeln und gegenüber spiegelt etwas. Und dieser Spiegel zeigt dir, in welchem Weg kommst du weiter. Was hilft dir? Welche Richtung sollst du dich entwickeln? Welche Tierkreis zeichnen? Fehlt noch. Was du lernst, was dich dann unterstützt in deinem Leben, etwas zu verbessern. Und von diesem Karma auch zu befreien und das im Gleichgewicht halten. Und die alte Karma bei dir ist die Tierkreis zeichnend vage. Das bedeutet Kunst, Kreativität, Schönheitssinn. Hier herrscht auch die Planet Venus. Und das hat nicht nur mit Liebe etwas zu tun, sondern auch mit Kunst etwas zu tun. Also der künstlerische Bereich passt ganz gut zu dir. Weil du hast dort alte karmische Erfahrungen, Talente, Fähigkeiten. Also nicht umsonst holst du das wieder raus und fühlst du dich zum Kunst hingezogen. Du schreibst auch dein Wunsch war immer Tänzerin zu sein. Also das passt ganz gut zu dem Wagen. Dann ist auch die Gerechtigkeitssinn, das ist auch ganz stark bei dir ausgeprägt. Das sind die alte Karma. Das sollst du bewahren. Dein Gerechtigkeitssinn, dein Schönheitssinn oder deine Liebe. Und du liebst auch die Harmonie und deine künstlerischen Fähigkeiten. Weil da bist du vertraut. Und das sind schöne Eigenschaften. Und das sollst du bewahren. Was du loslassen könntest von den Tierkreis zeichnen vage vielleicht. Dass du diese Unsicherheit verlierst oder Entscheidungsschwierigkeiten. Oder mit diesem Wagen, also alte karmische Erfahrungen im Tierkreis zeichnen vage. Das hat auch mit der Liebe Partnerschaft was zu tun. Die Vage fühlt sich vollständig in Partnerschaft. Oder wenn sie von anderen Menschen ein Echo erhalten. Eine Bestätigung. Aber du hast hier eine Lernaufgabe. Und der Weg zeigt dir die Tierkreis zeichnen wieder. Selbst zu sein. Selbst Stärke zu zeigen. Dich auch durchsetzen im Leben. Denn hier herrscht auch der Planet Mars. Es ist männlich. Das bedeutet nicht, dass du jetzt männlich wirken sollst. Sondern das bedeutet, diese Kraft zu haben, dich zu beweisen oder auch mal Nein zu sagen. Und wenn ich auf deine E-Mail eingehe, wo du sagst, dass die Beruf, was du ausübst, das war nicht dein Herzenswunsch, sondern das war die Bestimmung von deinem Vater. Das war schon eine Lernaufgabe. Man da Kraft zu zeigen und dich durchsetzen. Da hättest du vielleicht auch mal Nein sagen sollen. Es ist kein Fehler. Es ist auch menschlich, dass du so gehandelt hast. Man kann auch nicht erwarten, dass du in jungen Jahren diesen Mut hast. Aber das war schon eine Lektion für dich. Kannst du gegen deinen Vater die Bestimmung, die Berufung gegenhalten. Weil da hättest du etwas gezeigt von der Tierkreiszeichnung wieder. Und das, was dir hilft, was dir hilft, in diese Richtung zu entwickeln. Gehe ich wieder zurück zu deinem alten Karma. Also diese absteigende Mondknoten oder diese Drachenschwanz, wie die indischen Astrologen das nennen. Hier ist nicht nur die absteigende Mondknoten und alte Karma, sondern befindet sich die Planet Neptun und auch rückläufig. Und diese Rückläufigkeit hat auch mit Vergangenheit zu tun und hat auch karmisch etwas zu tun. Das heißt, wage erstens die Gerechtigkeit mit Neptun im alten, vergangenen Leben. Warst du da enttäuscht, weil du hast die Ungerechtigkeit erlebt oder bei Neptun kann auch passieren, dass dich Menschen betrogen haben. Das muss nicht mit Liebe etwas zu tun, sondern einfach, du hast ein starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit, aber erlebst oder wir sprechen von alten Karma, hast Ungerechtigkeit erlebt. Da sind noch Erinnerungen da. Vielleicht unbewusst. Dann hat die Waage auch mit Kunst etwas zu tun. Und diese Bedürfnis, diese Kunst zu leben, war schon in Vergangenheit da. Ob du das gelebt hast, mit Sicherheit, hast du da abgetanzt. oder warst im künstlerischen Bereich tätig. Aber du könntest es nicht so in Licht zu bringen, wie du das gerne wolltest. Und da kommt ein Einfluss, auch karmisch, von Tierkreis zeichnen, Löwe. Und das ist mir ein Hinweis. Du warst begabt, warst davon begeistert, hast auch Kunst praktiziert, aber es fehlte vielleicht die Mut dazu, das in Öffentlichkeit zu präsentieren. Das zeigt mir ein Pluto, ein Fluss von Löwe, wo auch rückläufig ist und hat auch eine karmische Bedeutung. Und diesem Leben möchtest du das verwirklichen, weil das es entweder im vergangenen Leben hast du diese Möglichkeit nicht gehabt, als Tänzerin zu sein oder als Künstlerin zu sein oder fehlte die Mut, dass du das nicht getraut hast. Ein gewisser Maße könnte man sagen, entweder war die Möglichkeit da oder du hast es verspielt. Und das wiederholt sich in diesem Leben das zu zeigen. Und du könntest dich nicht durchsetzen, dass du das als Berufung lebst, aber hast du wenigstens als Hobby ausgeübt. Und das ist mal gut, weil du hast da das zugelassen. Also du hast es auch natürlich weiter weiter entwickelt oder weiter dieser Talent heißt die Bindung zu Kunst oder du ganz zugelassen. Was noch die Waage betrifft, also das haben wir angesprochen, die Gerechtigkeit, haben wir die Kunst angesprochen und die dritte ist die Partnerschaft. und hier bei alten karmischen Erfahrungen warst du mit diesem rückläufigen Neptun, was für mich ein Hinweis ist, auch karmisch, dass du da Enttäuschungen erlebt hast. Natürlich hast du einen großen Wunsch nach Partnerschaft, weil das ist alten karmischen Erinnerungen Bedürfnisse und du lebst auch diese Waage Eigenschaften, weil da bist du vertraut. Da bist du vertraut und natürlich kommen diese Erinnerungen, diese Sehnsüchte, diese Wünsche, Liebe, Partnerschaft, Gerechtigkeit und Kunst. Und das möchtest du diesmal auch erleben, dass du einen anderen Beruf gewählt hast, was nicht freiwillig war, sondern Empfehlung von Vater. Ein gewisser Maße hat dich das wieder enttäuscht, so wie im alten Leben auch. Vielleicht hast du viel Ungerechtigkeit auch erlebt, da fühlst du dich wieder enttäuscht, so wie im alten Leben auch. Und in Liebe Partnerschaft ist die Bedürfnis da. Aber dann kommen auch die Erinnerungen hoch, diese Enttäuschungen von alten Karma, diese Beziehungen, die Liebe, was du erlebt hast und da waren auch Enttäuschungen da. Und vielleicht auch die Angst ein gewisser Maße, dass du wieder enttäuscht bist. Du sagst auch, du lässt es, du bist etwas zurückhaltend, schreibst du im Brief. Aber wenn ein Mann auf dich zukommt, du lässt es zu dieser Liebe, weil du wirst die Liebe leben und das begrenzt dich nicht nur in Partnerschaft, sondern du bist sehr stark Venus betont. Das ist auch die Frieden, die Harmonie, die Kunst, auch die Liebe zu Natur oder zu Menschen oder die schönen Dinge und du hast diese Bedürfnis auch. Und wie schaffst du das, dass in Ordnung kommt? weil du solltest die Thematik in Ordnung zu bringen und das zeigt mir die Tierkreis Zeichnen Jungfrau an. Die Tierkreis Zeichnen Jungfrau befindet sich in dein siebten Haus und das ist das Haus des Partnerschafts ist auch eingeschlossen und diese Jungfrau diese Tierkreis Zeichnen Jungfrau was in dein Partnerschaft Haus steht befindet sich die Planet Saturn was uns belehrt was unser Schicksal lenkt der große Lehrmeister und die Hüte der Karma ist auch rückläufig hat auch etwas mit alten Karma zu tun wo auch sagt hier geht das Ich und das Du das was hier verbindet erste Haus das Ich und siebte Haus das Du und hier hast du auch eine Lernaufgabe weil Saturn möchte dich da belehren an etwas und in beiden Seiten auch das erste Haus was das Ich symbolisiert wo eine Analogie zu Tierkreis zeichnen wieder hat ist ein Tierkreis zeichnen Fischen wo auch die Sonne befindet wo auch die Venus befindet wo auch die Mars befindet also auch die beiden Liebesplaneten ist eingeschlossen und gegenüber im Partnerschaft Haus im siebten Haus was ein Analogie zu Tierkreis zeichnen Waage hat ist auch eingeschlossen hier ist die Tierkreis zeichnen Jungfrau ist eingeschlossen mit Saturn das heißt ein Lernaufgabe befreien wie kannst du das befreien befreien kannst du in dem karmischen Weg was dein karmischen Knoten diese aufsteigende Mondknoten dir zeigt die Weg ist dazu die Tierkreis zeichnen wieder hilft dabei dein Ascendent die Tierkreis zeichnen Wassermann versuch damit du leichter diese Selbst Findung hast versuch vielleicht mal als Anfang dich eins zu sein mit dem Tierkreis zeichnen Wassermann weil das geht leichter weil da bist etwas vertrauter bist auch mit der Luftelement vertraut deine alte Karma gesamte karmischen Erfahrungen im Tierkreis Zeichnen Waage ist auch Luft Element also bist mit dem Luft Element vertrauter als jetzt mit Tierkreis Zeichnen wieder Also das bedeutet vielleicht kein großer Sprung zu machen und von heute auf morgen versuchen so zu verhalten wie ein Tierkreis wieder wiedergeborenen wiedergeborenen verhalten Wörter sondern Schritt für Schritt da anzukommen und was näher liegt weil du da vertraut bist das ist das Tierkreis Zeichnen Wassermann Versuch das mal zu verinnerlichen und zu dir selbst sagen ich bin außergewöhnlich ich bin etwas besonderes ich bin einzigartig ich habe tolle Ideen ich bin beliebt überall habe ich Freunde ich habe Humor und das hilft dir ähm gibt dir die Leichtigkeit und hilft dir vielleicht mehr Stärke zu haben im Leben oder mehr Selbstbewusstsein und die Menschen nehmen dich sogar so wahr weil das ist deine Ausstrahlung nur du bist selbst noch bisschen gefangen weil die Tierkreis Zeichnen Fischen wo auch dein Sonne ist in diesem ersten Haus gefangen ist und das sollst du befreien die Befreiung ist nicht die Partnerschaft auch nicht der Mann auch nicht dein Vater sondern die Befreiung bist du selbst mit dein Selbstbewusstsein und da hast du auch noch mal eine Aufgabe dass du viele Aufgaben ich weiß aber ich versuche das Horoskop zu analysieren diese aufsteigende Mondknoten im Tierkreis Zeichnen wieder die fehlende Tierkreis Zeichnen was dir hilft dich befreien hilft dir weiterkommen hilft dir von dieser Karma lösen oder von diesem Karma auch befreien und hilft dir auch im Leben besser klar zu kommen und das ist diese Kraft dich durchsetzen oder mal nein zu sagen dich zu wehren wenn das sein muss dann auch laut dann hau mal auf den Tisch und sag mal mit mehr nicht und hier diese aufsteigende Mondknoten diese Tierkreis Zeichnen wieder befindet sich im zweiten Haus schon im ersten Haus auch aber übergeht im zweiten Haus das heißt die Spitze das zweite Hauses ist wieder und diesem Bereich befindet sich diese Mondknoten die Drachenkopf die aufsteigende Mondknoten und dieser zweite Haus im Horoskop und das weißt du sicherlich machst du selber auch Astrologie das ist das Haus die Finanzen und das hat aber auch mit dem Selbst Bild auch etwas zu tun mit Wertschätzung und Selbstgegenliebe das ist eine Zusammenhang da wenn jemand Themen hat finanziell dann ist es gut mit dem eigenen Werten Bewusstsein oder das Stärken das Selbst Wertgefühl das handelt sich um Werten und hier sollst du mit deinen Werten Bewusstsein hilft dir karmisch heißt ein anderen Auftreten zeigst diese Kraft und Stärke und so kannst diese Tierkeit seinen Fischen befreien befreien oder dich selbst zu befreien aber brauchst auch das Wertschätzung dir gegen es geht hier auch um Werten und es hängt auch mit die Finanzen zusammen und dadurch wenn du deine Einstellung änderst oder wenn du bewusst bist mit deinen eigenen Werten verbessert sich auch die Finanzen es kann sein dass du denkst das Weg ist mit Finanzen etwas zu tun natürlich hast einen Bezug dazu aber das ist hier mehr geht in die Tiefe mit deinen eigenen Wert auch weil das hilft dir hilft dir anderes zu fühlen du fühlst du dich anders und du fühlst dich freier und es ist nicht die Partnerschaft wer dich befreit es ist auch nicht ein Mann der dich befreit sondern das ist eine eigene Kraft was dich befreit und da Stärke zu zeigen es ist nicht einfach wenn man zu stark Venus betont ist dein Mond ist auch im Stier das ist auch Venus Einfluss dein alter Karma ist vage ist auch Venus Einfluss also du hast sehr starke Venus im Horoskop und natürlich ein Venus betont der Mensch möchte Harmonie Möchte niemand verletzen dann kommt noch deine Fische Betonung auch deine Sonne im Tierkreis zeichnen Fisch dein Venus im Tierkreis zeichnen Fisch und auch die Maß wie du dich durchsetzt im Leben auch im Tierkreis zeichnen Fisch natürlich ist der Fisch sehr gefühlsvoll und möchte auch niemand verletzen und möchte für andere da zu sein oder anderen helfen weil die Fisch ist mit fühlend und das hindert dich dabei mal laut zu werden mal wirklich jemand mal anschreien oder mal auf den Tisch zu hauen das was fehlt und wenn du schon weißt wo deine Berufung lebt wo deine Berufung ist und das möchtest leben auch deine Berufung dann zeigst es auch dann setzt es auch durch und wenn jemand sagt nein du sollst einen anderen Beruf wählen wie das damals passierte mit deinem Vater dann hättest auch laut sein sollen und sagen nein das möchte ich nicht ich möchte tänzerin werden das sind vergangenen jahren das kann man nicht jetzt gut machen und es hat überhaupt keinen sinn jetzt mit der vergangenheit zu beschäftigen oder die fehler suchen es war kein fehler es war nicht die richtige zeitpunkt du könntest damals nichts anderes handeln aber es ist gut so wie das ist ich möchte nur das beleuchten als beispiel dass in solchen situationen dich wehren sollst und diese wieder eigenschaften zeigen weil das hilft dir persönlich dich selbst zu befreien und das interessante ist dabei wenn du dich so fühlst wenn du diese kraft an dir fühlst wenn du dich wehrst oder mal nein sagen kannst natürlich muss nicht jeder widersprechen und immer jetzt streit zu suchen das meine ich nicht wenn für dich das stimmig ist dass du nachgibst wenn dir das stimmig ist das auf anderen zu gehst oder hilfst oder mitfühlen bist weil das entspricht auch dein Wesen immerhin bist sehr stark fischen betont und dann kommt noch die Venus energie dazu dann lebt dein Wesen dann macht es so aber wenn du innerlich ein nein dazu hast dann sag auch nein weil wer ist dann enttäuscht nicht die anderen sind enttäuscht sondern du bist enttäuscht und dann machst noch Vorwürfe warum habe ich das nicht gesagt und du verlierst deine Kraft und du sollst Kraft zeigen und dadurch fühlst du dich befreit und das wollte ich sagen dass das interessante daran ist wenn du dich so fühlst befreit fühlst dann ist der richtige Zeitpunkt für die Partnerschaft weil du bist nicht dazu geboren alleine zu sein sondern du sollst die Partnerschaft leben aber nicht so wie in Vergangenheit nicht so wie im alten Karma nicht mit diesem enttäuschten Gefühlen dass dir ein Mann sagt jetzt lese ich das nochmal vor ich bin zurückhaltend was Partnerschaft und Liebe betrifft ich habe mich aber auf mein Gegenüber eingelassen wenn ich geliebt habe der Mann hatte auch so getan so getan als ob es mich geliebt hätte also wenn das so getan ist dann hat dir etwas vorgetäuscht lese ich weiter dann kam aber plötzlich die Ablehnung von Seite des Mannes also das heißt es wiederholt sich etwas karmisch damit du du lernst auf solche Männer gar nicht rein fallen natürlich ist es auch dein Wunsch und für jede glücklich zu sein geliebt zu sein in Partnerschaft zu leben aber mit welchen Qualitäten und da hat sich die Muster wiederholt weil du hast zugelassen und du sagst auch die haben so getan wenn sie mich geliebt hätten das heißt ich habe die Liebe vorgetäuscht und du hast es auch gerne gehört weil das hört man auch gerne bis dann kommt die Erwachung und plötzlich kommt die Ablehnung wie du das geschrieben hast und dann kommt die Enttäuschung Das heißt es ist nicht die Lösung sondern es ist noch mehr Enttäuschungen und wo ist die Lösung du sollst auf die Liebe vertrauen und bekommst auch diese Liebe und du wirst du eine glückliche Partnerschaft leben aber befreie dich lebt dein selbst wenn du diese Kraft noch nicht hast im Verhalten wie ein Tier gezeichnen wiedergeborenen verhalten würde und hast noch nicht ganz diese Kraft dich zu wehren und da für dich einsetzen was du willst dann hilft dabei dein Wassermann Aszenden und so kommst du näher zu die Wiedereigenschaften und im Moment fühlst du dich auch frei hast ein anderen auftreten einen anderen Ausstrahlung weil du strahlst Selbstbewusstsein auf und sei auch mit deinen Werten bewusst weil da hast du auch diese karmische Knoten im zweiten Haus also sei auch selbstbewusst und mit deinen Werten bewusst und wenn du noch mal Begegnungen hast mit Männer und das wirst du auch haben dann egal was für schöne Worte du hörst oder die Versprechen die Liebe stell immer die Frage ist das eine Täuschung und die tun so wenn sie mich geliebt haben oder kommt es wirklich von Herzen und die Liebe mich wirklich und dann kannst du das realistischer betrachten also dann fehlt diese rote rosa Brille mal weg und dann kommst du näher zu die Jungfrau im siebten Haus wo auch eingeschlossen ist wo auch Lernaufgaben heißt weil da ist die Saturn als großer Lehrmeister und erteilt dir diese Lektion das heißt Jungfrau sei wählerisch sei bisschen wählerisch und es betrifft die die Männer die die Frage kommen und wenn du das schon vorauss sortierst wie ein Jungfrau geboren machen würde analysieren ist das die richtige oder ist es nicht die richtige bisschen trennen Spreu von Weizen das meine ich jetzt nicht dass ich jetzt die Männer abwerten möchte sondern ich selektieren welche man kommt in Frage überhaupt was zu dir passt und dann kannst du mit diesem Jungfrau Augen was dabei auch Saturn hilft das in Ordnung zu bringen dadurch bringst dein Partnerschaft in Ordnung was ich noch erwähnen möchte das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit die Partnerschaft zu tun sondern die Sprache wie du das ausdrückst mal nein zu sagen und das ist der Planet Merkur bei dir steht Merkur im Wassermann also bist sehr intelligent hast das Wissen wieder zu dem tierkreisreichen Wassermann wo auch von Uranus beherrscht ist hat ein Bezug zu Sternen also es ist noch nicht nur nicht nur die Aszendent sagt mir diese Auskunft sondern auch dein Merkur Position sagt mir aus dass du auch talentiert bist in Astrologie und das ist auch ein Bereich was dich auch fasziniert und hast auch dieses Wissen also diese Merkur im Wassermann ist die Geist diese erfinderische Geist die tolle Ideen und das kannst du vermitteln aber wo befindet sich diese Merkur es ist nicht direkt in dein Aszendent das wäre die Moment wo du geboren bist sondern Merkur ist ein bisschen früher jetzt mal grob könnte ich sagen so halbe Stunde früher als du geboren bist in Osthorizont aufgestiegen das heißt Merkur war schon sichtbar du bist aber noch nicht geboren aber er steht ganz nah aber du warst noch im Mutterleib bist noch in diesem Moment noch gar nicht geboren und so fühlt sich auch dieser Planet Merkur wartet auch daran geboren zu werden also lass dein Merkur geboren und ich habe die Kunst oder die Tanz angesprochen was dich auch befreit oder dass du da talentiert bist aber ich beschreibe auch die Astrologie weil da hast du auch eine ganz besondere Bezug also lass es geboren bringt es ins Licht das hilft dir auch aber Merkur ist ich habe mal die positive Seite beleutet deine Talente deine Fähigkeiten dass du das auch ins Licht bringen kannst und da wird was schönes geboren dadurch aber dieser zwölfte Haus wo sich Merkur befindet was noch die Schwangerschaft ist wenn ich jetzt im Horoskop schaue also nochmal Merkur steigt im Osthorizont auf ins Tageslicht wird sichtbar aber du bist noch noch im Mutterleib und du brauchst noch halbe Stunde etwa bis du geboren bist und so wie ich schon sagte so fühlt sich auch diese Merkur also das kannst du befreien auch durch dein Interesse deine Ideen und da passt ganz gut die Astrologie das ist auch nicht umsonst dass du mit Astrologie beschäftigst sondern hier nochmal ein Thema was für dich wichtig ist deine Tierkreis zu befreien mal nein zu sagen und diese Kraft zu spüren von Tierkreis Zeichnen wieder was du auch lernst weil hier im Tierkreis Zeichnen wieder ist dein aufsteigender Mondknoten also hast hier eine karmische Lernaufgabe diese Mut zu zeigen es geht gar nicht also nicht nur diese Merkur zu befreien dass du das sagst was du gerne sagen möchtest du nimmst keine Rücksicht auf anderen sondern kommt noch die die wieder dazu was du karmisch auch lernst die Mut dazu braucht man Mut wenn ich jemand sage nein mit mir nicht oder ich lasse es nicht zu dass du mich enttäuscht oder nein dann danke da habe ich keine Interesse oder nee in diesem Beruf gehe ich nicht ich werde Tänzerin sein das auszusprechen dazu gehört eine Portion Mut und genau diesen Mut lernst du auch und dieser Mut und es auch anzusprechen befreit dich und in dem Moment wo du befreit fühlst fließt es alles und du wirst sehen die Männer nehmen dich anderes war auch wenn du nicht jede einzelne erklärst ich war in vergangenheit so enttäuscht und so oft enttäuscht also ich bin so vorsichtig und ich gehe nicht auf jede Beziehung ein du brauchst es nicht vermitteln ich weiß du würdest das auch nicht vermitteln aber ich versuche das mal zu erleuchten es muss nicht in Worten fassen die spüren das die spüren dass du andere ausstrahlung kannst die trauen gar nicht mehr zu dir zu nähen und weißt du wer dann traut weil er dich interessant findet weil von dir fasziniert ist der Mann der an dich verliebt und dann passt es auch dann nochmal also da sind noch so viele hier zum sehen in dein horoskop ich hoffe ich bringe das nicht so durcheinander ich versuche das Schritt für Schritt bisschen erklären und jetzt gehen wir in den nächsten Schritt ein das vielleicht hat auch mit karmisch etwas zu tun und hilft auch dich zu befreien du hast ein figur in dein horoskop man sagt für diese figur das ist eine jod figur und es ist nichts anderes als ein dreieck und diesem dreieck verbinden sich planeten und in dein leben oft nicht in kleinigkeiten sondern wirklich bei wichtigen themen oder wenn du entscheidungen triffst die planeten die sich hier verbindet die planeten die sich hier verbindet melden sich gleichzeitig neptun ist auch nicht so einfach mit diesem energie umzugehen weil die planeten die sich hier verbindet in diesem dreieck befinden 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 sich in drei verschiedenen elementen ich sage in welchem planeten handelt sich die rückläufige neptun was mit dein alten vergangenheit auch mit auch mein karma also mit den alten karmischen erfahrungen auch was zu tun hat befindet sich im waage wo dein absteigender mond knoten ist waage ist ein luft element diese neptun verbindet sich mit pluto ist auch rückläufig hat auch mit vergangenheit was zu tun oder alte karmischen erfahrungen was zu tun befindet sich im löwe das ist feuer element und die spitze dieser dreieck ist die sonne und mars haben sie ein konjunktion die wirken zusammen die beide männliche energie sonne symbolisiert auch der vater und der mars symbolisiert auch der man die haben eine verbindung vielleicht unbewusst suchst so typ männer wie dein vater könnte ich mir vorstellen möchte ich nicht behaupten aber hier ist eine verbindung zwischen sonne und mars kann auch bedeuten dass dein vater dominant war und das ist das spitze diesem dreieck und es befindet sich im wasserelement das bedeutet wenn du große entscheidungen hast in dein leben dann melden sich diese elemente die feuerelement wo pluto ist die waage die luftelement wo neptun ist und die wasserelement wo mars und die sonne befindet die luftelement und die feuerelement ist aktiv möchte gleich etwas in bewegung setzen oder ist die drang da oder die ungeduld oder die begeisterung das gleich in angriff zu nehmen und die spitze diese dreieck wo dein sonne und mars ist im tiergräz seinen fischen das ist das passivere und die lösung ist bei dieser figur genau das wahrnehmen und so handeln das heißt bei großen entscheidungen in dein leben sei etwas zurückhaltend verhalte dich etwas passiv lasst es erst mal fließen das hilft dir bei entscheidungen also das ist mal ein hinweis wo du vielleicht auch etwas verbessern kannst in dein leben oder dich freier fühlen kannst dann zurück die verbindung zwischen neptun und pluto weil das hat eine karmische bedeutung aber beide ist rückläufig neptun ist wie ich schon sagte das kann ein hinweis sein auf enttäuschungen natürlich neptun ist nicht nur enttäuschungen sondern auch die inspiration oder die intuitionen also du kannst auch die gute seite von neptun nützen was du schon karmische erfahrungen gemacht hast was du vielleicht loslassen kannst dass die andere seite von neptun und das sind die täuschungen und enttäuschungen und hat eine verbindung zu pluto im löwe und du stehst gegenüber da ist deine sonne und dein mars das sind diese drei eck jetzt das heißt dein wesen ist diese sonne und die mars wie du dich handelst wie du dich durchsetzt wie du dich etwas in bewegung setzt und du kommst zu einer situation du fühlst dich vielleicht enttäuscht das kann auch diese neptun energie sein und die pluto im löwen dass die andere zu stark sind oder zu dominant und in diesem moment ziehst du dich etwas zurück weil du traust nicht weil du hast das gefühl du kommst nicht an die sind viel stärker die haben ein selbstbewusster auftreten das werden diese löweneigenschaften das kann auch sein dass dich das bisschen bremst da verbindet sich erstmal dieser dreieck was ich erzählt habe und zweitens das sind auch erinnerungen von früher oder karmischen erinnerungen ich versuche mal das beispiel haft vielleicht beleuten wenn du eine situation befindest wo du das gefühl hast das ist für dich nicht passend und du möchtest dich wehren oder dich durchsetzen dann brauchst erstmal die sonne diese bewusstsein und die maß das auch durchsetzen und dann kommt die verbindung erstmal zu diesem Pluto im Löwe und dann auch die Neptun du hast entweder angst dass du dann enttäuscht bist oder dass du anderen enttäuscht und du willst natürlich niemand enttäuschen oder kann auch passieren dass du die anderen zu kraftvoll findest und dann ziehst du dich eher zurück weil du hast keine Lust auf Konfrontation oder das Gefühl da kommst du eh nicht an und versuch diese Gedanken los werden weil du kommst an und du kannst dich beweisen vertrau mal auf deine Kraft und du hast diese Kraft an dir und die Lernaufgabe ist diese wieder die Mut zu haben das zu zeigen und so stehst immer mehr zu dir selbst und da hast du diese Ausstrahlung diese Auftreten und das nehmen nicht nur die Frauen wahr sondern das nehmen auch die Männer wahr und du wirst sehen du wirst ganz andere Männer anziehen an dein Leben und das wird für dich die passende sein aber sei erst mal etwas vorsichtig oder zurück halten das bist du auch weil du schreibst auch bist etwas zurück halten was die Liebe und die Partnerschaft betrifft und es ist gut so dann noch mal ein Geheimnis für dich als Fischen Geborenen vielleicht hilft das auch ein bisschen die Türkei zeichnen Fischen ist ein Doppel Zeichnen es handelt sich nicht um ein Fisch sondern hier handelt sich um zwei Fische ein südlicher Fisch und ein nördlichen Fisch und die beiden Fischen auch die südliche Fisch und auch die nördliche Fisch sind miteinander verbunden wie ein Nabelschnur und die Türkei zeichnen Fischen sind die letzte Türkei zeichnen nach die Reihenfolge weil astrologisch beginnen wir immer mit Wider da ist der Frühlings Punkt damit beginnt das astrologische Jahr und das endet dann mit Türkei zeichnen Fische und die Fischen als Türkei zeichnen symbolisieren die große Ozean das Einheit und dieser Ozean ist eigentlich die ganze Schöpfung das Glauben auch an Gott auch an diese ganze Schöpfung und kein einziger Tierkreis zeichnen kann in diesem Ozean wirklich schwimmen jeder Tierkreis zeichnen muss das lernen und die Tierkreis zeichnen Fischen Geborenen können in diesem Ozean schwimmen das Problem ist dass sie das nicht wissen und sie denken dass die andere können schwimmen und sie denken dass sie nach unten gehen im Wasser also braucht man diese Selbstvertrauen dass sie im Element Wasser oder könnte ich sagen in diesem Ozean als Fischen Geborenen sind vertraut die können schwimmen aber das muss erst mal wissen dass sie schwimmen können und dann in Fragestellen oder die Entscheidung treffen welche Richtung soll man schwimmen weil das sind zwei Fische gegen den Strom dann ist es natürlich mühsam und anstrengend oder mit dem Strom und dann merken sie dass die Wasser trägt sie und sie sind ein Klang mit dem Ozean und sie müssen das nicht von anderen lernen dass die anderen beibringen für ein Fisch wie man schwimmt sondern sie sind selbst in diesem Element und das gelingt mit Glauben mit einem tiefen Glauben und diese Tiefe vermittelt Jupiter hier ist nicht nur die Tierkreis in diesem Tierkreis seinen Fischen nicht nur Neptun als Herrscher was nichts anderes ist als Poseidon das Gott des Meeres sondern hier herrscht auch Jupiter und das ist das große Reise aber hier geht es nicht um die Weite oder die Höhe hier geht es um die Tiefe und diese Erfahrung machen die Fischen Geborenen in die Tiefe des Ozean in die Tiefe des Gefühlen wenn sie da Angst bekommen dann ist das sehr mühsam in diesem Wasser zu bewegen dann schwimmen sie gegen den Strom wenn sie das vertrauen und das können sie nur mit glauben glauben an Gott glauben an die Schöpfung glauben an Schicksal glauben das Leben das Leben trägt die Fischen Geboren und vor allem und es ist auch sehr wichtig glauben an sich selbst und da kommt diese schöpferische Kraft und da wirkt auch Neptun mit Intuitionen und Inspirationen und das verspricht Erfolg im Leben das ist das ganze Geheimnis die Fischen Geborenen und nicht im Mitleid versunken oder das ist auch eine gewisse Neigung sondern diese Kraft spüren diese Kraft dass sie das beherrschen in diesem Wasser zu schwimmen und keiner braucht die beibringen und das gibt vielleicht dir ich hoffe ich könnte das erklären dir auch Kraft diese innere Kraft zu vertrauen und dass diese Kraft auch umsetzen umsetzen im Leben auch in dein Beruf auch im Alltag überall und vertraue auch an die Liebe glaub an dir selbst glaub auch an die Schöpfung oder Gott glaub auch an die Liebe gib das nicht auf diese Glaube weil dieser Mann schwimmt auch zu dir und wenn das soweit ist dass du jemandem begegnest sei erstmal zurückhaltend und versuch mit Jungfrau Augen das erstmal betrachten dann sparst du weiteren Enttäuschungen aber ich bin sicher wenn dich befreit fühlst und es dich wehrst oder dich durchsetzen kannst wenn du Kraft und Stärke zeigst wenn du auch mit deinen eigenen Werten bewusst sind dann brauchst auch nicht aussuchen bei die Männer weil dann kommt auch die richtige dann noch mal etwas dein Glück dein Fortuna liegt in deiner Berufung und genau in diesem Bereich bewegt sich gerade Saturn das liegt im Tierkreis einen Schütze und Saturn bewegt sich gerade im Schütze und zeigt den Weg zu deiner wahren Berufung und da liegt dein Glück also nimm diese Glück in Hand und versuch deine wahre Berufung zu leben und in die Liebe erst dich befreit fühlen und dann wirst du sehen dass du eine ganz andere Ausstrahlung hast und dass du nicht die Männer anziehst die dich täuschen und du enttäuscht fühlst sondern der Mann der dich auch liebt und dann bringst du deine Partnerschaft in Ordnung weil dieser Mann wartet schon auf dich doch er wartet dich sehr er wartet schon auf dich und möchte mit dir auch eine glückliche Partnerschaft leben er möchte auch befreit sein und dann geht die siebte auch das kannst du dann auch befreien und das interessante ist dabei dass dieser Mann wo da kommt hat etwas mit Löwe Eigenschaften wo vielleicht davon ein bisschen Respekt hast wo du sagst das ist mir zu selbstbewusst oder da hat zu viel Stärke oder ist von sich selbst überzeugt oder dieser Mann hat zu große Ansehen da fühlst du dich vielleicht noch bisschen unsicher und genau die Mann wovon du so Respekt hast ich wollte nicht Angst haben wir sprechen nicht über Ängste wo du bisher Respekt hast genau den Typ von Mann ziehst du auch an und das ist das äußere Erscheinung des Auftreten des Mannes der weiß was er will und hat einiges erreicht im Leben kann auch sein dass in Öffentlichkeit steht und genau dieser Mann wird dich in Hände tragen also bleib in diesem Vertrauen dann vielleicht noch ein paar Hinweise welche Fixsternen noch in dein Horoskop so wirksam sind auf deine Sonne das ist auch das Vaterbild aber auch dein Wesen im Tierkreis seinen Fischen hast du ein also dein Sonne hat eine Verbindung zu Stern Achenar zu diesem Fixstern und dieser Stern Achenar befindet sich im Fluss Eridanus dieser Fluss Eridanus ist ein Sternbild und dieser Stern Achenar bedeutet übersetzt das Ende des Flusses und hier befindet sich auch ein Brunnen und dieser Brunnen ist die schöpferische Kraft und du kannst von diesem Brunnen also deine Kraft spüren und das wäre natürlich deine Intuition deine Inspiration deine Kreativität deine schöpferische Energie und das Ende des Flusses bedeutet noch zusätzlich außer dieser Brunnen dass du siehst das Ende des Flusses das heißt Ziele setzen und so daran arbeiten diese Ziele auch zu erreichen durch deine schöpferische Kraft und die Brunnen hast du davon zu schöpfen und es ist nicht nur die Sonne hier sondern auch Mars weil du hast eine Mars Konjunktion das heißt die beiden wirken zusammen also nicht nur die Sonne sondern auch Mars und dieser Mars gibt dir auch diese Kraft diese inneren Kraft diese schöpferische Kraft also gestalte dein Leben durch diese schöpferische Energie und wenn du dich da befreit fühlst und einiges veränderst in deinem oder dein Auftreten oder dein Einstellung oder dein Verhalten du wirst der Mann genau was das auch anspricht wo das an dir auch erkennt und das schätzt und dich liebt auch in dein Leben kommen und dieser Mann das hat ein hohes Ansehen dieser Mann du wirst dieser Mann auch bewundern gib dir auch Kraft und unterstützt dich dabei dein Leben schöpferisch zu gestalten oder deine Kunst Kreativität zu leben und dieser Mann wird dich nicht enttäuschen sondern gibt dir Kraft dann hast du dein MC das ist das höchste Punkt im Horoskop was auch die Berufung und das auch ans Ansehen betrifft hier hast du Fortuna das Glück also Glück im Beruf da Erfolg zu leben aber nicht im falschen Beruf sondern hier geht es um Berufung und du weißt wo dein Berufung liegt das ist die Tanz die Kunst aber auch die Astrologie also das sind die Richtungen also lebe deine Berufung und hier auf diesem Punkt und auf dein Fortuna hat auch einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Sabik und dieser Stern befindet sich im Sternbild Schlangenträger und dieser Schlangenträger heißt in griechischer Mythologie Asklepios vielleicht kurz die Geschichte dazu dass du vielleicht auch in dein Berufung die richtige Entscheidung triffst diese Schlangenträger diese Asklepios ist der Sohn von Apollo von Sonnengott und wurde von Chiron von dieser großen Heiler dann belehrt und das war die Ausbildung also auch bei Sonnengott auch bei Chiron und das war die Bildung von Asklepios und er wurde Arzt und es kam eine Situation wo ein Kind der Sohn von einem König in einen Honigtopf gefallen ist und dieser Asklepios dieser Schlangenträger musste das Kind retten heilen und es gab zwei Schlangen die eine Schlange trägte das Gift und die andere Schlange trägte die Heilkräuter und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen hier ging es um Leben und Tod des Kindes mit welchem Pflanze dieses Kind heilt und Asklepios hat die richtige Entscheidung getroffen also die Schlange hat gewählt mit Heilkräuter und mit diesem Heilkräuter hat der Königs Sohn gerettet geheilt und diese Sternbild wirkt auf deine Berufung aber liegt auch das Glück dabei bei dir also merkst du was wie wichtig es ist die richtige Entscheidung zu treffen beruflich und noch ein Hinweis dieser Stern dieser Sabik was in diesem Sternbild Schlangenträger befindet bedeutet übersetzt die Vorausgehende das heißt wenn du beruflich die Vorausgehende bist dann heißt bist du vorbildlich du gehst anderen voraus oder du weißt was kommt weil du hast dieses Gefühl und das ist nicht nur diese Stern sagt es sondern auch der Wassermann weil die Wassermann hat diese Weitblick diese Intuition diese Vorahnung was kommt das heißt du kannst auch sage ich mal so auf dem Zukunft blicken oder hast dieses Gefühl oder diese Vorahnung dieser siebte Sinn aber ist auf jeden Fall beruflich die Vorausgehende das Beispiel und dieser Stern dieser Sabik was übersetzt als Vorausgehende bedeutet befindet sich im Knie dieser Schlangenträger und Knie bedeutet Niederbeugen von vor jemand Niederknien und das ist auch ein Hinweis du sollst vor niemandem niederbeugen sondern bewahre deine Stärke dann nochmal ein Stern was auf dein aufsteigende Mondknoten wirkt im Tierkreis ein Wider wo dein Lernaufgabe ist was du noch aneignen sollst was in deinem Weg hilft dich weiter zu entwickeln auf diese aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf wirkt ein Stern und dieser Stern heißt Mirach das große Glück bringt immer Glück dieser Stern Mirach bringt Kunst Schönheit Glück ein Glücks Stern also du hast das Glück in diesem karmischen Wegen was für dich vielleicht noch ein Neuland ist zu gehen und da erzähle ich auch die Geschichte vielleicht hilft es auch dich selbst zu verfreien oder freier fühlen es gab einmal eine Königin Cassiopeia und diese Königin Cassiopeia hatte eine Tochter Andromeda und diese Andromeda war sehr schön und die Königin prallte überall dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste sogar schöner wie die Meeres Jungfrauen sind und dieser Prahlreich hörte Poseidon des Gott des Meeres und schickte die Wallfisch zu dieser Königreich die Königin zu bestrafen und die Wallfisch dachte das lasse ich mal die Königin ich nehme lieber die Königstochter und traf diese Wallfisch eigene Entscheidungen und fesselte die Königstochter Andromeda im Felsen in die Nähe waren aber auch anderen so sehr ungeheuer und das war so angsterregend so dass Andromeda hatte Angst gehabt und hat wie in eine Fessel gehalten bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fessel und schneidete auch Medusas Kopf an und dann kam die geflügelten Pferd Pegasus und die beiden Liebenden weil die haben auch verliebt Andromeda und Perseus die haben mit diesem geflügelten Pferd davon geritten natürlich in Luft und das war die Befreiung von Andromeda symbolisch bedeutet Befreiung von den Ängsten und dieser Stern dieser Glücks Stern Mirach ist befindet sich im Sternbild Andromeda das ist diese gefesselte Königstochter und wartet auf die Befreiung das ist im Gürtel Bereich von Andromeda oder man sagt auch das ist die Nieren von Andromeda und die Orkan Nieren hat auch mit Partnerschaft was zu tun es könnte sein dass zu dir Perseus kommt und befreit dich aber dann lernst du nicht deine Lernaufgabe deine karmische Lernaufgabe also warte nicht bis Perseus kommt und dich befreit sondern befreit dich erst und dann soll Perseus kommen und mit diesem Perseus diese Liebesgeschichte das ist eigentlich deine Karma dass dieser Mann kommt auch und dann fühlt euch auch beide in Partnerschaft frei weil ihr unterdrückt euch nicht ihr enttäuscht auch nicht sondern ihr unterstützt euch gegenseitig und dann fühlst du auch frei aber dieser Mann auch frei und er wartet eigentlich schon drauf zu dieser Begegnung zu dir aber versuch es so energetisch in dein Leben holen dann nochmal ein Stern wo auch ein Fixstern was auf dein Horoskop wirkt und dann habe ich da Gänsehaut bekommen wo ich habe das ist oft ein Venus das ist ein Weiblichkeit dein Kreativität auch dein Harmonie Bedürfnis dein Schönheits Sinn aber auch das Kunst wirkt ein Stern und dieser Stern heißt Deneb Adige und dieser Stern befindet sich im Sternbild Schwan es gibt da auch eine schöne Liebesgeschichte dieser Schwan bringt die zwei Liebende die Hirtenjunge und die Weberin zusammen das ist auch eine ganz ganz schöne Liebesgeschichte und das ist diese Brücke aus Schwanen wo die beiden Liebenden treffen und das wirkt auf dein Venus aber auch dein Weiblichkeit also du als Frau du mit dein Weiblichkeit Baust diese Brücke aus Schwanen und in dieser Brücke begegnest du dich mit Liebe und dieser Stern dieser Deneb Adige von diesem Sternbild Schwan hat nochmal eine Bedeutung das ist die Kunst das ist ein das ist die brillante Stern man sagt auch das ist das Stern das Brillant im Sternbild Schwan weil das so hell leuchtend ist wie ein Brillant und das ist das Kunst und wo ich dann wirklich Kenzehaut bekommen habe heißt auch umsetzen als Berufung und damit Geld verdienen und dann ist mir deine Berufung eingefallen und dein Traum als Tänzerin zu sein und das waren die Einflüsse von außen ich versuche noch kurz zusammenfassen dein Selbst wartet darauf befreit zu sein und das kannst du mit Mut und Kraft und zeig diese Kraft und lass dich nicht unterdrücken und auch vor niemand niederbeugen sondern klare Entscheidungen in jeder Lebenslage auch beruflich und sei mit deinen Werten bewusst fühle dich einzigartig und außergewöhnlich und lebe deine Berufung das ist die Kunst die Tanz die Musik aber auch die Astrologie egal in welchem Weg passt beides zu dir lass dich von Männer auch nicht enttäuschen sag zu innerlich mit mir nicht aber trotzdem vertraue die Männer damit möchte ich nicht jetzt sagen oder die Männer jetzt abwerten überhaupt nicht es ist ganz toll dass die Männer gibt vertraue auch auf die Männer und es sind auch tolle Männer und du bekommst diese eine Mann in dein Leben der dich unterstützt und dir das Glück bringt aber du hast bis jetzt mit Männer begegnet wo nicht zu dir gepasst hat und die haben dich enttäuscht und da sollst du nicht nein sagen jetzt nicht die Männer gegenüber sollst nein sagen sondern such die Kontakte auch zu Männer sondern zu dem Situation sollst du nein sagen wo du sagst nein das lasse ich nicht mehr zu dass mich jemand enttäuscht sei erstmal zurückhaltend das bist du auch du hast geschrieben dass du zurückhaltend bist aber sei auch ein bisschen prüfender auch also da holst du diese Jungfraueigenschaften das ganz genau betrachten und dann schenk Vertrauen dann schenk deine Liebe und deine Aufmerksamkeit aber erstmal deine Stärke zu holen befreie dich wie Andromeda wurde befreit aber erstmal selbst und wenn du dich so fühlst so befreit fühlst und du lässt dich nicht runter kriegen sondern du wehrst dich auch und dass du keine Angst vor niemandem hast und dass du von niemand nieder beugst sondern du verdrehst dein selbst mit deiner inneren stärke und mit deiner inneren kraft wirst sehen wie das alles dreht sich hast ein andere auftreten hast ein andere ausstrahlen ausstrahlung fühlst du dich auch besser dann siehst automatisch andere männer an dann kannst dann mit dein prüfenden Wigma so Ausschau halten aber das muss gar nicht mit Kopf passieren weil hör auch auf dein Herz und auf deine Liebe und wenn dieser Vertrauen da ist und das Gefühl das ist dein Seelenpartner dann vertraue auch auf diese Partnerschaft und fühlt euch beide befreit und das war diese Horoskop Analyse ich hoffe ich könnte ein bisschen näher bringen und ich bedanke nochmal dein Anvertrauen und ich bedanke auch das Zuschauen und noch ein Hinweis zum Schluss dass ich so gerne diese Beratungen auch mache und ich freue mich natürlich wenn noch jemand ist wo mich vertraut wo ich dann diese Videos auch veröffentlichen kann egal in welchem Thema ob das die Liebe ist oder die Berufung oder wie diese Aufnahme eine karmische Horoskop Analyse ich bedanke mich auch für das Zuschauen eure Dendera was war was 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 ich fool